Für mich ist Teilhabe ein Dreiklang, Menschen haben generell gerne Dreiklang. Der eine Teil ist die Teilhabe, also die Möglichkeiten, möglichst normalisierte Möglichkeiten in der Gesellschaft, die alle haben oder alle sollten haben. Der zweite Teil ist Teilnahme, also der Teil, den ich aus meiner Individualität wähle. Ob das ein Gespräch ist, ein Dialog, ob das eine Aktivität ist, ob das irgendein Besuch ist, spielt eigentlich gar keine Rolle. Ob das, was ich gerne arbeiten möchte, was ich mich halt darum tue. Und der dritte Teil ist eben die Teilhabe, was ist denn mein Beitrag für eine funktionierende Gesellschaft, die den Namen auch verdient, die den Namen von einer menschlichen Gesellschaft verdient. Das ist für mich der dritte Teil, den ich persönlich sehr, sehr hoch halte.